Freuen Sie sich auf die sympathische Schauspielerin Katharina Schubert im persönlichen Gespräch. Das war eine tolle Zeit. Da denke ich sehr gerne zurück. Auch immer mit tollen Kollegen, tolle Schauspieler auch. Und direkt im Anschluss in der Komödie Treuepunkte. Endlich mal einen Mann, den ich so richtig betuddeln kann. Stars im Interview mit Katharina Schubert am 6. Mai ab 20.15 Uhr. Das war super. Das war wirklich ganz toll. Nur auf Romance TV. Zeit für Gefühle.